Es ist eines der letzten Reviere einer ausstärkenden Spezies. Solch wohlgeordneter Massenbegeisterung gilt dem großen Führer, Nordkoreas Präsident Kim Il-sung. Ein Personenkult, der selbst Josef Stalin neidisch gemacht hätte. Kim Il-sung regiert seit 44 Jahren und er ist fest entschlossen, sein Land vom Wandel in der sozialistischen Welt abzuschirmen. Der große Führer ist 77 Jahre alt. Seinen Sohn Kim Jong Il hat er als Nachfolger auserkoren. Den haben die Massen darum schon heute, den geliebten Führer zu nennen. Wenn der Sohn die Macht erbt, würde Korea zum ersten Land mit einer kommunistischen Dynastie an der Spitze. Südkoreanische Soldaten an der Grenze zum Norden. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Land geteilt. Diesen Befestigungen des Südens liegen hinter einer entmilitarisierten Zone jene des Nordens gegenüber. Sie markieren den Verlauf der Waffenstillstandslinie nach dem Koreakrieg Anfang der 50er Jahre. Theoretisch herrscht noch immer Bruderkrieg. Von einem Friedensvertrag sind Nord und Süd noch weit entfernt. Während sich Beobachter aus dem Ausland im Süden weitgehend frei bewegen können, endet für die meisten hier die Reise nach Norden. Westliche Journalisten sind dort nicht gern gesehen. Man ist angewiesen auf Informationen aus zweiter Hand. Anche porteftere sindственно, reduziert dort an der letzten Schulen. Vielen Dank, Herr Meneckmich. Hier ist dran Uranus. Funktionierende. Wir sind schon in dieser putz. Mit der Feldh polishen ist defending. Wir sind schon in dieserputz. Sonnstcheggen. So möchte der Norden gesehen werden. Pyongyang, die Hauptstadt der demokratischen Volksrepublik Korea. Eine sehr schöne Stadt, in der es zu leben und zu arbeiten lohnt, sagt der Kommentator. Der Film, betitelt als Reisebericht von Auslandskoreanern, wurde dem ARD-Studio Tokio kürzlich mit dem Segen aus Pyongyang zur Verfügung gestellt. Dreht wurde er offenbar vor etwa zweieinhalb Jahren. Pyongyang, wie wir es sagen. Wir, das sind Vertreter einer kommunistischen Koreanervereinigung, die in Japan tätig ist. Wir kamen, sagt der Kommentator, an einem frischen Morgen und die Straßen waren sauber. Fegen Sie jeden Morgen, wird gefragt, Antwort ja. Lob dafür, das ist nett, dass Sie die Straßen sauber halten. Wir trafen, heißt es, Leute in vielfachen Tätigkeiten, zum Beispiel beim Post austragen. Zur morgendlichen Rush-Hour sind die Straßen voll mit Arbeitern, sagt der Kommentar. U-Bahn und Trolleybus sind die beliebtesten Verkehrsmittel. Unser Bus wurde von einer Frau gefahren. Kontrollieren Sie nicht die Fahrscheine, wird gefragt. Antwort, nein. Ich bin sicher, dass niemand etwas Schlechtes tut, weil jeder Herr des Landes ist. Kaufhäuser und Spezialgeschäfte, gebaut für jeden Distrikt, sind stets voll mit Einkaufenden. Das meiste stammt aus heimischer Produktion. Im Erdgeschoss der Wohnhäuser in der Innenstadt befinden sich meist Verkaufsräume für täglichen Bedarf. Das Gemüse und das Obst für den täglichen Verkauf, so zeigt der Film, wächst auf den Feldern rings um Pyongyang. Und die Preise sind recht vernünftig, sagt der Berichterstatter. Und im Geschäft heißt es, scheint die Kundschaft zufrieden mit einem großen, frischen Tintenfisch. A customer seems happy with a big, fresh octopus. Sie kennen auch überhaupt nichts, wie es essen. Ich meine, sie müssen nur das essen, was Kim Jong-un sagt, zum Beispiel, du musst im Tag nur 300 Gramm das Reis, oder, ja, das, du musst das essen, sonst nichts. Und man kann auch Reis nicht freiwillig kaufen. In, ich weiß, im Warenhaus gibt es überhaupt keine Waren. Zum Beispiel, das kann man nicht, freiwillig nicht kaufen. In Südkorea trafen wir zwei junge Männer, die an das Glück im Norden nicht mehr glauben. Die beiden Nordkoreaner studierten drei Jahre lang in der DDR. Als im November die Mauer fiel, setzten sich Chang Yong-chol und sein Freund Chom-chol-U in den Westen ab. Von dort gelangten sie nach Seoul. Beide waren einst glühende Parteigänger, aber seit sie sich vergleichen konnten, erschien ihnen ihr Land in anderem Licht. Wir konnten sie nur unter Aufsicht des südkoreanischen Geheimdienstes interviewen. Der hielt beide noch in Obhut. Zum Beispiel, wenn ein normaler koreanischer Arbeiter, ja, im Jahr, ja, im Jahr ein Kilogramm zu einem Fleisch isst, ja, dann ist der ein guter Mann, oder, nein, nein, ist der ein reicher Mann, ja, ein reicher Mann. Ein Kilogramm, aber zum Beispiel, normaler Leute, zum Beispiel, ganz normaler Leute kennen nicht, ein Kilogramm zu einem Fleisch im Jahr, ist es. Aber das kann man nicht, ist es, man kann nur Reis, dann Wasser, und dann eine Gemüse, dann ist das alles. Zum Beispiel, morgen, nach, mit Tag, Abend, immer Fleisch ist es. Aber dort gibt es kein Bier, kein Schnapp, aber man denkt, alle Leute in der Welt leben, auch so. Ich habe auch so gedacht, deutsche Leute leben, auch so, ich habe so gedacht, aber ich bin in Indien gekommen, aber sie leben nicht so, ja, sie trinken Bier, und sie essen Schweinefleisch, sie essen Obst, und das ist ganz anders. Ich habe auch so gedacht, ich habe so gedacht, ich habe so gedacht, ich habe so gedacht, Pyeongyang, sagt der Filmkommentar, ist eine alte Stadt mit 1500-jähriger Geschichte. Diese alte Stadt ist umgewandelt worden in eine moderne Stadt. Pyeongyang ist aufgestiegen aus den Trümmern des Korea-Krieges. Die Stadt, sagt der Kommentator, war noch nie so großartig. Pyeongyang wird vom Tädong-Fluss geteilt in Ost und West und es besteht aus mehreren Verwaltungseinheiten. Die Metro von Pyeongyang, so heißt es, reicht sternförmig in die Vorstadtgebiete. Modernistische Inspirationen und exquisite Wandgemälde in jeder Station, sagt der Text. Wird ihnen das Gefühl geben, sie seien in einer Welt traumhafter Fantasie. Auf einem Berg über der Stadt liegt der Friedhof für revolutionäre Märtyrer, denen gewidmet, die Erlebten gaben für die nationale Befreiung und die Sache des Volkes. Mitglieder der Pioniergruppe auf dem Weg zum Sommerlager. Als ein Zentrum der Schulerziehung, so heißt es, hat der Schüler- und Kinderpalast künftige Künstler, Sportler und Wissenschaftler produziert. Ich bin in Korea. Ich bin immer noch nah, immer wieder da majestic. Ich bin nicht mehr da counted, aber ich bin immer da wieder von Kim lookt. Also bin ich immer noch nicht Leute, das ganz wichtig ist. der Nachbarn auf den Budget ist sehr hart, dass meine Leute an die Knie von Kim Helsong, appointed jeder ein Bericht. Und sie sind alles, was ich? Was ich dann? Was ich? Ich bin deja, ich bin einfach, ich bin einfach, ich bin in die Schule gegangen, ich bin einfach, ich bin einfach, Wir bekommen von Kim Il-Song, zum Beispiel in Geburtstag, am Geburtstag von Kim Il-Song. Wir bekommen eine Geschenke, dann man sagt, das gibt Kim Il-Song als Gott. Dann wir sagen, aha, Gott haben uns ein Geschenke gegeben, und wir müssen Gott dankbar für diese Geschenke. Wir haben schon gesagt, dann wir haben Kim Il-Song nicht gesehen, nur durch die Hörnzen und dann, und dann in die Hochschule gegangen, und dann dort hat man auch noch gesagt, Kim Il-Song ist ein Gott, und dann alle Leute in der Welt denken an Kim Il-Song als Gott, und dann wir haben gesagt, alle Leute in der Welt denken, wir wollen in Korea, und dann haben wir darauf an die Hörnzen und dass wir sind. Ich gehe nur. Dann habe ich mir damit gehört. Ich gehe einfach zu stellen. Ich mache mich nicht nur noch ein Gerber nach Himmelsch. Wir wollen alle auch ein Gerber nach Himmelsch. Wir wollen alle zwei Gerber nach Himmelsch. Wir wollen alle die Hörner nach Himmelsch. Wir wollen den Hörnern von Kim Il-Song oder Kim Jong-Aimun. Wir wollen als Nulliger nach Himmelsch ist, Das ist ein Kilogramm. Dann glaubt man, ah, ich bin so gut. Wo kann ich das geben? Wo kann ich das geben? Dann schlappt man dann auch? Ja, das ist das. Ich denke, 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 alle Leute, andere Leute, in der Welt leben, die Leute sind eher in Korea. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, Ein junger Mann in der Telefonzelle. Wahrscheinlich, sagt der Kommentator, verabredet er sich mit seiner Freundin. Wir sahen viele junge Paare beim Treffen an vielen Plätzen von Pyongyang. Sie dürfen an der Universität keine Freundin haben. Es geht nicht. Gibt es dafür irgendeine Begründung, sagt es irgendjemand, warum nicht? Wenn man die Freude hat, dann die Regierung sagt, das ist die kapitalistische Ideologie. Das ist eine schlechte Ideologie. Man muss immer revolutionär sein. Sie sagen, sie sind immer hungrig. Sie können auch nicht so gut Begleitung haben. Die filmenden Besucher dürfen bei einer Hochzeit zuschauen. Viel Spaß, sagt der Hochzeitsredner. Die Hochzeitsfeier, sagt der Text, scheint kein Ende zu nehmen. Die Weihnachtspann aufzuhören, sagt er, die Weihnachten in Koya wird. Das ist das Land. Das ist alles. Wir sagen, dass sie nur den Krieg kommen. Man kann nicht so gut leben, oder ich möchte noch viel Fleisch essen, dann in Ausland kann man viel Fleisch essen, deswegen in Ausland ist es gut. Man kann nicht so sagen, wenn man so sagt, dann muss man ins Gefängnis gehen. Wenn man in Feier etwas betrunken und wenn man etwas schlecht gegen die Regierung sagt, dann gibt es viele Leute dort und es ist ganz schlecht. Man geht dann zu einem Polizei und er hat so gesagt, er ist einfach wer. Und deshalb kann man auch im Feier, im Betrunken, kann man auch nicht so freiwillig sagen, von ganzem Herzen. Da beteiligen sich die Leute, alle dran, sagen Sie jetzt gerade. Studenten gegen Studenten, die sagen, der spricht schlecht über die Regierung, wir gehen zur Geheimpolizei und melden das. Das ist ganz natürlich, ja. Das heißt, die Menschen machen mit, im Grunde genommen. Ja. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, wenn ich, ich bin, ich war nicht gerne in Polizei, in Korea, in Nordkorea. Trotzdem, wenn ich nicht in die DDR gekommen hätte, dann mache ich mit. Zum Beispiel, wenn er, er ist mein Freund, wenn er zum Beispiel in Nordkorea, Gibt es Konzentrationslager in Nordkorea? Ja, es gibt ungefähr 20 Konzentrationslager, ja. Und zum Beispiel meine Eltern, ja. Und meine Schwester, jetzt müssen sie dort hingehen, ja. Woher wissen Sie, dass es diese Konzentrationslager gibt, haben Sie das selbst gesehen? Ja, und, ja. Im Allgemeinen, ja. Weiß man, dass, dass es gibt, ja. Das ist, in der Weltkronung, das ist gewesen, und auch mein Verwandt, er hat dort gedient als, ja. Und er hat, er hat schon schon gesagt, dort leben die politische Gefangenen schon lange, schon 40 Jahre, ja. Es gibt viele auch alte Leute auch schon, ja. Und auch, wenn ein Mensch so politisch schuldig ist, ja. Dann müssen nicht nur er, sondern auch die Familien, Verwandten, ja. Sie müssen, sie sind einfach weg. Die Leute wissen nicht, woher sie dann gegangen sind. Das ist einfach, sie sind in Konzentrationslager. Pyongyang hat eine Reihe von ultramodernen Fabriken, sagt der Text. Sie produzieren Lokomotiven und Kugellager. Die Belegschaft einer Textilspinnerei in Pyongyang, wird gesagt, ist vornehmlich weiblich. The workforce of the Pyongyang spinning mill complex is mostly female. In an especially romantic winter scene of Pyongyang, Eine besonders romantische Winterszene, sagt der Kommentator. Wilde Enten über dem gefrorenen Fluss. Liebenswerte Kinder spielen draußen. Der Winter ist für sie gemacht. Am Jahresende sahen die Besucher junge Leute auf dem Postamt beim Abschicken von Neujahrsgrüßen. Am Neujahrsabend schneit es, sagt der Kommentator. Eine Reihe kultureller Veranstaltungen, darunter die koreanische Oper, ist beliebt in Pyongyang. Alle Theater sind voll. Die Masse auf dem Weg. Sie haben schon gesagt, man weiß in Nordkorea eigentlich fast nichts. Kann man nicht Radio hören, zum Beispiel? In Korea gibt es keine Radio. Es gibt keine Radio-Fabriker. Wenn man, zum Beispiel, einige Leute gibt es selber, eine Radio-Fabriker. Dann gibt es eine Radio-Fabriker. Dann gibt es keine Radio-Fabriker. Dann gibt es jetzt eine Konzentration. Das ist eine Politik. Ja, ich habe hier Andeokrenz. Ich habe hier in Nordkorea gelebt. Man kann dort die Veränderung von Nordkorea sehen. Aber man hat die Channel-Steuerung, das alles weggeschafft. Man hat das ganz fest gelernt. Man kann dort die Sendung von Nordkorea sehen. Und auch Tomatau. Und wenn man, wie gesagt hat, wenn man das gesehen hätte, dann muss man ja hier ins Gefängnis. Das ist einfach in der Bevölkerung so festgelegt. Und man denkt, dass das normal ist. Das ist nichts Besonderes in Nordkorea. Die Tattoo ist zu stark. Das ist einfach nicht. Man hat keine Freiheit. Man hat nichts zu demonstraten. Die Demonstration kann man überhaupt nicht. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Wenn die Leute aus Nordkorea ins Ausland gehen, dann werden die Oppositionskraft ja, die zum anderen Welt ja, die denken. Aber deswegen hat die Nordkoreanische Regierung ja, nicht so viele Leute ins Ausland geschickt. Ja. Wenn eine Opposition existieren will, müssen dafür auch die Leute, viele Leute dafür, damit einfacher sein ja. Aber die allgemeinen Leute, die wissen nicht über die Welt ja. Sie wissen nicht, was Kimmelsung macht und wie schlecht Kimmelsung macht. Das ist auch ein Hauptproblem zum Beispiel. Ja. Wenn die Leute aus Ausland, wenn sie etwas schlecht gegen die Regierung sagen, dann sagen die Leute, er ist verrückt, ja. Er hat viel Geld von Nordkorea genommen und sagt etwas Schlechtes und er ist scheiße und er muss weg sein. Das ist auch ein Hauptproblem. Mehr und mehr Regierungs- und Parteidelegationen aus aller Welt kommen nach Korea, sagt der Text. Allein letztes Jahr waren elf Staatschefs hier. Darunter Präsident Erich Honecker aus der DDR. Ich war bei der Demonstration in Dresden, ja. Das ist die erste Demonstration in der DDR, ja. Ihre persönlichen Gefühle, wie Sie gesehen haben, wie sich da so schnell was verändert, dass Leute demonstrieren, das kennen Sie ja nicht von zu Hause. Was ist das für ein Gefühl? Neidisch? Wird man neidisch? Ja, beneidisch. Ja, das stimmt, beneidisch. Zum Beispiel, in Nordkorea muss auch so sein, ja. Aber dafür braucht man noch eine längere Zeit, ja. Noch eine lange Zeit. Und deswegen beneidisch. Zum Beispiel, wir haben in der Grenze, ja. So ist es gesehen. Zum Beispiel, die DDR-Leute und die DDR-Leute haben umgearmt und geküsst. Und wir sind getroffen. Aber das haben wir gesehen, ja. Und dann haben wir gedacht, ja. Wann? Wann? Wann kennen Nordkorea und Südkorea so wir denn? Wir haben so gedacht, aber... Sie haben gesehen, was in Rumänien passiert ist, wo die Bevölkerung wegen gerechten Hass auf Ceausescu entwickelt hat. Können Sie sich so etwas vorstellen in Korea, dass so etwas ausbricht? So ein Hass gegen Kim Il-sung? Ja, ausbricht. Nichts jetzt. Also wenn Kim Il-sung gestorben ist, ja. Gestorben sei, und dann kann man... Dann gibt es auch in der Region einige andere Gruppe, ja. Dann müssen wir denn auch diese Präsident-Position haben, ja. Wenn die Leute in Nordkorea wissen, was die Kim Il-sung gemacht hat und wie die Welt ist, dann werden alle hier gegen die Kim Il-sung. Sie werden viel mehr als hier gegen die Kim Il-sung kämpfen. Ja, wirklich, ich denke so. Wir verließen Pyongyang, so schließt der Film, voller Hoffnung und Zuversicht, dass es wohlhabend bleibt, hinein in das nächste Jahrhundert. Der Film entspricht Nordkoreas Propaganda. Die Aussagen der beiden Flüchtlinge decken sich weitgehend mit den wenigen Berichten westlicher Journalisten aus Nordkorea. Wir haben es bislang selbst nicht sehen können und erlaubt uns die Einreise nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihre persönlichen Gefühle, wie Sie gesehen haben, wie sich da so schnell was verändert, dass Leute demonstrieren. Das kennen Sie ja nicht von so Hause. Was ist das für ein Gefühl? Neidisch? Wird man neidisch? Ja, ich bin neidisch. Das sind wir nicht. Wir sind in Nordkorea, nicht auch zu sein. Aber das ist das ein bisschen langer Zeit. Das ist so viel langer Zeit. Deswegen bin ich nicht. Wir haben in der Grünen. Wir sind nach Indien. Sie haben gesehen, was in Rumänien passiert ist, wo die Bevölkerung wegen gerechten Hass auf Ceausescu entwickelt hat. Können Sie sich so was vorstellen in Korea, dass so was ausbricht, so ein Hass gegen Kim Il-sung. Wenn Kim Il-sung gestorben ist, dann kann man, dann gibt es auch in der Region einige andere Gruppe, dann haben sie diese Präsidenten Position. Wenn die Leute in Nordkorea das weiß, was die Kim Il-sung gemacht hat und wie die Welt ist, dann werden alle hier gegen die Kim Il-sung, sie werden hier viel mehr als hier Ceausescu gegen Kim Il-sung kämpfen. Ja wirklich, ich denke so. Wir verließen Pyongyang, so schließt der Film voller Hoffnung und Zuversicht, dass es wohlhabend bleibt, hinein in das nächste Jahrhundert. Der Film entspricht Nordkorea als Propaganda. Die Aussagen der beiden Flüchtlinge decken sich weitgehend mit den wenigen Berichten westlicher Journalisten aus Nordkorea. Wir haben es bislang selbst nicht sehen können und erlaubt uns die Einreise nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir sahen viele junge Paare beim Treffen an vielen Plätzen von Pyongyang. Die Liebe, die Liebe ist diese kapitalistische Ideologie. Sie dürfen an der Universität keine Freundin haben? Keine Freundin haben. Es geht nicht. Es geht nicht. Gibt es dafür irgendeine Begründung, sagt es irgendjemand, warum nicht? Wenn man die Freude hat, dann die Begründung sagt, das ist eine kapitalistische Ideologie, aber das ist eine, wie sagt man, das ist eine schlechte Ideologie, aber man muss immer Revolutionär sein, ja. Sie sagen. Und glücklich auch, ja. Das kann man nicht glücklich sagen. Sie sind immer hunghörig. Und sie kennen auch nicht so gut, ja. Begründung haben, ja. Die filmenden Besucher dürfen bei einer Hochzeit zuschauen. Viel Spaß, sagt der Hochzeitsredner. Die Hochzeitsfeier, sagt der Text, scheint kein Ende zu nehmen. Die 간heilung, die gehe ich nicht aussehen, ist die Die Weihnachtenqualified vielmehr目. Die Weihnachteneraflügel, sagt er, sagt er, dass sie nicht verhaftet sind. Die Weihnachten, die Freude hat gesagt, sie machen den Weg, dass sie nicht verhaftet haben. Die Weihnachten, die Weihnachten, in Korea Åh,아h, eine große Chance, die die Weihnachten, die Vater in Korea오. Die Weihnachten, die � Rach. Man kann viel Fleisch essen, und in Ausland kann man viel Fleisch essen, deswegen in Ausland ist es gut. Man kann nicht so sagen, wenn man so sagt, dann muss man ins Gefängnis gehen. Wenn man in Feuer etwas... Man ist dann betrunken, in Feuer, und wenn man etwas schlecht gegen die Regierung sagt, dann gibt es viele Leute dort, ja, und er ist ganz schlecht. Man geht dann zur Polizei, und er hat so gesagt, er ist einfach weh. Und deshalb kann man auch in Feuer, in Betrunkung, kann man auch nicht so freiwillig sagen, von ganzem Herzen. Wir sahen viele junge Paare beim Treffen an vielen Plätzen von Pyongyang. Die Liebe ist diese kapitalistische Ideologie. Sie dürfen an der Universität keine Freundin haben? Keine Freundin haben. Es geht nicht. Es geht nicht. Gibt es dafür irgendeine Begründung, sagt es irgendjemand, warum nicht? Wenn man die Freude hat, dann die Regierung sagt, das ist die kapitalistische Ideologie, ja. Das ist eine, wie sagt man, das ist eine schlechte Ideologie, zum Beispiel. Man muss immer revolutionär sein, ja. Sie sagen. Und glücklich auch, ja. Dort kann man nicht glücklich sagen. Sie sind immer hungrig. Und sie können auch nicht so gut, ja, Begründung haben, ja. Die filmenden Besucher dürfen bei einer Hochzeit zuschauen. Viel Spaß, sagt der Hochzeitsredner. Die Hochzeitsfeier, sagt der Text, scheint kein Ende zu nehmen. Die Hochzeitsfeier nachzudenken kann ergeben. Das ist eine Überfahrung. Ich weiß nicht, dass wir in Korea nicht so gut leben können. Ich weiß nicht, dass wir viel Fleisch essen können. Und in Ausland kann man viel Fleisch essen können. Deswegen in Ausland ist es gut. Man kann nicht so sagen, wenn man so sagen kann, dann muss man nicht so sagen. Wenn man in Feuer etwas... Man ist dann in Feuer. Und wenn man etwas Schlecht gegen die Regierung sagt, dann gibt es viele Leute dort. Er ist ganz schlecht. Man geht dann zur Polizei und er hat so gesagt, er ist einfach weh. Und deshalb kann man auch in Feuer, in Betrunkung, kann man auch nicht so freiwillig sagen, von ganzem Herzen. Und dann wird der Heilige... Andere Leute, Andere Leute, Indien der Welt leben als koreanische Leute. Deshalb sind die Menschen nicht so schlecht. Ich denke, ich denke, wenn ich nur 1 Kilogramm geriate, dann denke ich, andere Leute, wenn ich nicht nur 500 Gramm geriate, dann meine Leute leben besser als andere Leute. Ich denke, wir leben besser als Andere Leute. Deshalb denken wir, die Menschen nicht so schlecht. Ein junger Mann in der Telefonzelle. Wahrscheinlich, sagt der Kommentator, verabredet er sich mit seiner Freundin. Wir sahen viele junge Paare beim Treffen an vielen Plätzen von Pyongyang. Sie dürfen an der Universität keine Freundin haben? Keine Freundin haben, es geht nicht. Gibt es dafür irgendeine Begründung, sagt es irgendjemand, warum nicht? Wenn man die Freude hat, dann die Regierung sagt, das ist die Kapitalistische Ideologie. Das ist eine, wie sagt man, das ist eine Schleschte Ideologie. Man muss immer Revolutionär sein, ja? Und Glücklich auch. Dort kann man nicht Glücklich sagen. Sie sind immer Hungerlich. Und sie kennen auch nicht so gut, ja? Wir Freude haben, ja? Die filmenden Besucher dürfen bei einer Hochzeit zuschauen. Viel Spaß, sagt der Hochzeitsredner. Die Hochzeitsfeier, sagt der Text, scheint kein Ende zu nehmen. Die Christmas python, scheint also in Japan zu kommen. In der Peter zu kommen. Die exigenzieren, die Weltunion ist quasi geschehen. Die Weihnachten vorwenden Besucher waren nicht in Japan. Die Weihnachten bei einer Hochzeitsf firedaye. Die Weihnachten bei einer Hochzeitsf fired, warстBall-Ach-Kolpe und Begründung. Die Weihnachten bei einer Hochzeitsf afternoon. In Südkorea trafen wir zwei junge Männer, die an das Glück im Norden nicht mehr glauben. Die beiden Nordkoreaner studierten drei Jahre lang in der DDR. Als im November die Mauer fiel, setzten sich Chang Yong Chol und sein Freund Chom Chol Woo in den Westen ab. Von dort gelangten sie nach Seoul. Beide waren einst glühende Parteigänger, aber seit sich vergleichen konnten, erschien ihnen ihr Land in anderem Licht. Wir konnten sie nur unter Aufsicht des Südkoreanischen Geheimdienstes interviewen, der hielt beide noch in Obhut. Wenn ein normaler koreanischer Arbeiter im Jahr ein Kilogramm Schweinefleisch isst, dann ist er eine gute Mann oder nein, ist er ein Reisemann, ein Kilogramm. Aber das kann man nicht wissen. Man kann nur Reisemann, dann Wasseremann und dann eine Gemüseemann, dann ist das alles. Also, morgen, Nachmittag, Abend, immer Gleisemann. Aber dort gibt es kein Bier, kein Schnapps. Aber man denkt, alle Leute in der Welt leben und leben und dort 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 leben. Und da sind die Kirche und 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 die Kirche aufbewuszen. Und das ist ganz äh�bar. Die Kirche ist ein Eden und eine Eden oder eine Eden. Das war mir da. Aber in der Kirche ist der Indien der Kirche und der Kirche. Mit der Tür ist es außerhalb der E-Sonne Linh, in der die Tür öffnete, ist es im ersten Moment. Und dann ist der Tür öffnete, er wird es ohnehin so weit in der Tür öffnete. Und damit ist es also ein bisschen threadbart. Er wird der Tür öffnete, da ist ein bisschen ableppert. Die Tür öffnete ist immer noch ein bisschen wie ich erzähle, und dann ist er wieder ein bisschen stein. Und dann ist es auch immer wieder ein bisschen gefühlt. Pyongyang, sagt der Filmkommentar, ist eine alte Stadt mit 1500 jähriger Geschichte. Diese alte Stadt ist umgewandelt worden in eine moderne Stadt. Pyongyang ist aufgestiegen aus den Trümmern des Korea Krieges. Die Stadt, sagt der Kommentator, war noch nie so großartig. Pyongyang City is separated by the Teodon River into the East. Kein Tier, kein Schnaps, aber man denkt, alle Leute in der Welt leben auch so. Ich habe auch so gedacht, deutsche Leute leben auch so, ich habe so gedacht. Aber ich bin in Indien gekommen, aber sie leben nicht so, ja. Sie trinken, Bier und sie essen, Schweinefleisch. Sie essen, Obst und das ist ganz anders. Die Teodon ist eine Edele, eine Edele oder eine Edele, ja. Das habe ich, ja, das habe ich so gedacht. Und diese sind normalen Leute, unterbrochen sind sind. Die Gift ist da sich, das ist erstmalig. Das istởcht eine Edele, die Stadt dieheadedie, da erste hat man. Hier gibt sich immer noch allein zum Schindingen ihr ganz sensive, du reißen kannst. In der sich Californisch und Danielle hooked sie in regionen, also殺st du nicht auch eine Edele, die Sie haben. Es hat mir, da ist sogar die, sondern sonst ist. Siehammer die Mehrheit dazu, das ist 78, sondern auch für Wissenschaft im телефон. Auch kommt nach政uated, die Jahrhaut und mal alles. Das heißt, man geht an der Moschzeit wieder auf derwehr nach kienelei maoco. Also kommt auf www.seitskensäsen. Pyongyang, sagt der Filmkommentar, ist eine alte Stadt mit 1500 jähriger Geschichte. Diese alte Stadt ist umgewandelt worden in eine moderne Stadt. Pyongyang ist aufgestiegen aus den Trümmern des Korea Krieges. Die Stadt, sagt der Kommentator, war noch nie so großartig. Pyongyang wird vom Taedong-Fluss geteilt in Ost und West und es besteht aus mehreren Verwaltungseinheiten. Die Metro von Pyongyang, so heißt es, reicht sternförmig in die Vorstadtgebiete. Modernistische Inspirationen und exquisite Wandgemälde in jeder Station, sagt der Text. Wird ihnen das Gefühl geben, sie seien in einer Welt traumhafter Fantasie. Auf einem Berg über der Stadt liegt der Friedhof für revolutionäre Märtyrer. Denen gewidmet, die ihr Liebten gaben für die nationale Befreiung und die Sache des Volkes. Es ist eines der letzten Reviere einer ausstärkenden Spezies. Solch wohlgeordnete Massenbegeisterung gilt dem großen Führer, Nordkoreas Präsident Kim Il-sung. Ein Personenkult, der selbst Josef Stalin neidisch gemacht hätte. Kim regiert seit 44 Jahren und er ist fest entschlossen, sein Land vom Wandel in der sozialistischen Welt abzuschirmen. Der große Führer ist 77 Jahre alt. Seinen Sohn Kim Jong Il hat er als Nachfolger auserkoren. Den haben die Massen darum schon heute, den geliebten Führer zu nennen. Wenn der Sohn die Macht erbt, würde Korea zum ersten Land mit einer kommunistischen Dynastie an der Spitze. Südkoreanische Soldaten an der Grenze zum Norden. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Land geteilt. Diesen Befestigungen des Südens liegen hinter einer entmilitarisierten Zone jene des Nordens gegenüber. Sie markieren den Verlauf der Waffenstillstandslinie nach dem Koreakrieg Anfang der 50er Jahre. Theoretisch herrscht noch immer Bruderkrieg. Von einem Friedensvertrag sind Nord und Süd noch weit entfernt. Während sich Beobachter aus dem Ausland im Süden weitgehend frei bewegen können, endet für die meisten hier die Reise nach Norden. Westliche Journalisten sind dort nicht gern gesehen. Man ist angewiesen auf Informationen aus zweiter Hand. Ausland im Süden weitgehend. Untertitelung des ZDF, 2020 So möchte der Norden gesehen werden. Pyongyang, die Hauptstadt der demokratischen Volksrepublik Korea. Eine sehr schöne Stadt, in der es zu leben und zu arbeiten lohnt, sagt der Kommentator. Der Film, betitelt als Reisebericht von Auslandskoreanern, wurde dem ARD-Studio Tokongong